Guten Morgen. Ich würde gerne Sie bitten, Sie sich kurz an und an die Arbeit, die Sie in der Netzwerke gemacht haben. Mein Name ist Dietmar Hamann. Ich komme vom Verein Armutsnetzwerk aus Deutschland. Der Verein ist im letzten Jahr gegründet worden. Das Netzwerk gibt es schon länger. Wir arbeiten auf dem Gebiet seit 2007 und wir sind sozusagen das Sprachrohr für die Menschen, die an der Basis leben, mit den ganzen Problemen, die es im sozialen Europa gibt. Wer arbeiten Sie mit? Haben Sie keinen Unterstützung von anderen Netzwerken, von Organisationen oder von lokalen Municipalitäten? Wer sind Ihre Alliäuser in dem Arbeit, das Sie tun? Ja, wie gesagt, wir haben uns als Basisorganisation gegründet und sind aufgenommen worden in die Nationale Armutskonferenz in Deutschland und somit eben auch ein Teil der ERPN, sodass wir also mit ganz Europa zusammenarbeiten. Wir haben 2011 ein europäisches Netzwerk gegründet in Belgien. Da sind fünf Länder vertreten. Das ist Belgien, Deutschland, Frankreich, Ungarn und die Niederlande. Dieses Netzwerk heißt European Union of Homeless. Das ist unser Hauptaufgabengebiet eigentlich. Wir kümmern uns um die Belange der Obdachlosenmenschen. Was sehen Sie als die principale Schläge und Elemente in der besseren Redistribution der Ressourcen für die Obdachlosen? Wir denken, dass es ganz wichtig ist, die Belange von der Basis her heranzutragen an die Verantwortlichen, die politischen Entscheidungsträger, die das eigentlich immer vom grünen Tisch, wie man so im Deutschen sagt, entscheiden und nicht so richtig wissen, was für Fragen die Menschen an der Basis eben bewegt. Wir wollen das Sprachrohr sein für die Leute, die wirklich auf der Straße leben. Wir wollen die Meinungen sammeln und wollen ihre Forderungen herantragen an die gesamte Bevölkerung, dass sie eben wissen, dass es ganz viele gibt, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Und an die wollen wir uns auch wenden. Ich denke, dass die Situation in den nächsten Jahren noch schwieriger wird. Die Zahlen der Obdachlosen in Deutschland haben zugenommen in den letzten zwei Jahren um 10 Prozent. Und ich weiß das auch von anderen Ländern, dass das also verstärkt ist. Den Grund sehen wir darin, dass der soziale Wohnungsbau vernachlässigt wurde. Und das ist nicht so schnell wieder aufzuholen. Das heißt, das, was jetzt nicht gebaut ist, die Häuser, wo bezahlbare Mieten sind, die sind ja jetzt erst mal nicht vorhanden. Und das wird eine Zeit dauern, diesen Mangel zu beheben. Erst mal müssen ja solche Wohnungen gebaut werden und es muss finanziert werden. Und das Finanzkapital versucht im Augenblick nur Immobilien zu schaffen, wo sie eben einen hohen Gewinn haben. Das hat man beim sozialen Wohnungsbau nicht. Aber dann muss man nicht so reden, ich bin sozial und das nicht machen. Das ist die Grundlage für alles. Bezahlbare Wohnungen, das wird fair. Und das ist nicht machbar in fünf Jahren. Das glaube ich nicht. Vielen Dank, Dietmar, und ich wünsche dir viel Glück in deinem Zusammenhang und in deinem Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank.